Es ist ein heisser Tag, die üblichen Täter und Ältere, in der es ein heisser Tag war. Es ist ein heisser Tag, dass man am Morgen eine Sparieraufstellung ohne Kettel aufstellt. Das ist ein heisser Tag, in Berlin. Das ist ein heisser Tag, in Berlin. Das ist ein heisser Tag. Das ist ein heisser Tag, in Berlin. Das ist ein heisser Tag. Das ist ein heisser Tag, in Berlin. Das ist ein heisser Tag, in Berlin. Und der Herr Kuhn. Hast du ihn gesehen oder nicht? Das ist ein heisser Tag, in Berlin. Das ist ein heisser Tag. Das ist ein heisser Tag. Ich bin nervös, wenn Sie uns verlassen haben. Wir müssen auch gut schauen. Wie auch mit Joggi? Da nicht trainiert. Und der Doktor... Schatzmimella! Schatzmimella! Und der Inki! Zimmerli Kasper! Der Samus! Schatzmimella! 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 Sundermeister Mandi, der die Kadettemusik 1924 gründete. Und auch in 1957 war er noch dabei. Den Odi! Der 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 Odi! Alles Balzer! Hinten sieht noch das alte Schüssel aus. Und die Rosenkarten-Tornhauer. Da gab es noch eine Bühne. Und natürlich, der Herr Scholl auch wieder einmal im Sack. Quasi. Aber es ist doch so schön geblieben den ganzen Nachmittag. Als wir zu Abend doch einen Fakulzug durchführen können. Und so ist auch das. Kinderfest. Glücklich. Und das ist doch so schön geblieben. Das ist doch schön geblieben. Und das ist doch schön geblieben. Und das ist doch schön geblieben. So, bitte. Vielen Dank.